Hallo Schatz, jetzt einfach mal aus. Geht dieser Mutant da bald mal weg? Der macht mir Angst. Ich fühl mich beobachtet. Bauen einen Unfall und er geht. Guck weiter nach rechts und du kommst den Benz und er geht. Ich hab da vorne, dass der Steinraben. Ich kann ja ein bisschen nötigen. Nötigen? Wir sind nicht auf Nötigen, Andi. Steinrabener Weg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich werde es längst ausgestiegen. Boah, da fällt mir wieder eine Szene ein. Ich saß tatsächlich mal im Bus, der hat einen Spiegel abgefahren. Ja. Nice. Vom Auto oder von sich selbst? Von sich selbst an einer Haltestelle. Puh. Tat einen furchtbaren Schlag. Was war denn das für einer? Facelift. Das ist das Geile. Ein Vorteil von Citeas ist, dass sind sich zwei Citeas bei uns entgegengekommen. So, Landstraße, beide so, die Bremse generell abwenden. Wenn es entgegenkommt, bremsen die so auf 20 kmh ab. Und die haben einfach auf freier Strecke, wenn es geradeaus, haben sich gegenseitig den nicken Spiegel mitgenommen. Der ist aber nur abgeklappt, weil der halt aus Plastik ist. Weil die davon ausgehen, dass die Citea-Fahrer nicht fahren können. Ist wirklich so, da ist nur Plastik drum. Das ist super, da klappt ab und es ist nichts passiert. Ich weiß gar nicht, was du gegen diese Busse hast. Das sind so schöne Busse. Naja gut, wenn du mal mitgefahren bist, denkst du das wahrscheinlich nicht mehr. Ja, aber optisch sind sie schön. Ich habe mal ein Video gesehen. Ja, aber die sind optisch schön. Da ist dann auch von so einer Bus-Test-Plattform, also Bus-TV, der hat mal den Citea Hybrid oder Electric haben die mal vorgestellt. Citea, das hat nichts mit Mercedes zu tun. Ich habe Citea gesagt, nicht Citea. Schraub mal deine Ohren ab. Auf jeden Fall sollen die nicht so von der Qualität zur Bombe sein, weil das war ein komplett neues Fahrzeug und die Türen haben schon gequietscht. Beziehungsweise, der hat geklappert, als er über die Straßen gefahren ist, also... Hochwertig. Ich weiß nicht, wie hochwertig die letztendlich gebaut sind. Sehr hochwertig. Die ersten Stangen sind schon aus der Verankerung in den Sitzoberteilen daraus. Das ist super. Ja, super. Dann die spontan sagen, die sind nicht so hochwertig. Klingt extrem hochwertig. Ich mag die. Ich finde die toll, auch wenn es nicht so rüberkommt. Du magst so gerne Citeas, ne? Ja, ich finde die toll. Andi, du darfst genau fahren. Du würdest den bestimmt fahren, wenn einen für um sie gäbe. Ich glaube, den würde ich sogar wirklich fahren, aber... Kaputt fahren vielleicht. Die haben die schon Genüge selber. Also, es gibt, glaube ich, keinen mehr im Vorpark, der keinen Kratzer irgendwo hat, weil die Fahrer einfach so unglaublich inkompetent sind. Aber alle. Also, nee, dann... Du fährst auf der Landstraße. So, und kein Mensch bremst ab, wenn dir ein Bus entgegenkommt, wenn es nicht extrem eng ist. So, die Südwestbusfahrer haben das nie gemacht. Keiner hat das je gemacht. Und welche Fahrer fangen damit an? Genau die von dieser Drecksgesellschaft. So, jeder von denen bremst immer. Wenn denen irgendwas entgegenkommt, was ein bisschen breiter als ein Fahrrad ist, bremsen die auf der Landstraße ab. Ein paar sind sogar schon stehen geblieben, mitten auf der Landstraße, weil denen was entgegengekommen ist, weil die Angst hatten. Ich meine, du kommst echt blöd, so du fährst 80 und auf einmal stehst du. Und die Leute, die gestanden sind, die stehen nicht mehr. Aber es ist einfach so. Nice. Da kannst du auch durchfahren. Das hängt auch mit den Bussen bestimmt zusammen. Das denke ich halt den Fahrern. Ja. Also habt ihr das schon mal miterlebt, dass wie die... Hallo! Wie ein Bus auf dem Bordstein aufgesetzt ist? Ich habe schon mal einen gehabt, der ist im Line City angefahren gekommen und der hat so einen erhöhten Bordstein erstmal mitgenommen. Also erstmal hoch und dann wieder runter. Ich kenne das mehrfach. Am Anfang, wo die die ersten Ubinos bei uns angeschafft haben, haben die Fahrer regelmäßig geschimpft, wie so Rohrspatzen, dass die Busse so scheiße sind, weil die so tief liegen. Das ist ein furchtbares Geräusch, ne? Oh, da hast du eine weiße Textur. Die muss aber so. Das ist so ein furchtbares... Kevin sagt, die muss so. Schnee? Da wachsen auch Büsche drauf. Schnee! Andi, wo fährst du lang? Links, an dem Schild vorbei, Andi! Andi, wo fährst du lang? Wieso denn links? Weil der Fall nach links zeigt. Wie kommst du denn auf den schmalen Grat, dass du rechts musst? Weiß ich nicht. Ich bin halt auf dem schmalen Grat. Wah. Die Textur hat mich eben so durcheinandergebracht. Wieso, was ist das? Das ist keine Textur. Das muss so. Kevin hat gesagt, das muss so. Wann? Er hat aber irgendwo geschrieben. Im Support-Fred. Aha. Und dass da Büsche drauf wachsen, muss auch so. Auf jeder guten Straßenmarkierung wachsen Schrabberie. Mehr Zahlen. Hilfe! Schrubberies. Schrubberies. Ich finde es immer, dieses Geräusch, wenn die da an den Bordstellen lang schrauben, finde ich immer total furchtbar. Schrubberies. Ja, so wirklich so Schrubberies. So näher. Das ist total schlimm. Es ist einfach bei links, links, links. Genau. Das ist die Straße. Haben sie bei uns auch schon mal mit so einem... Woran erkennt man das? Daran, dass ich die Karte in 10 Meter vor dir hinabfliege. Ja, und woran erkennt man das, wenn du das nicht tust? Gar nicht. Ach cool. Was ist das jetzt hier? Muss ich hier halten? Oder... Gutes Brot. Weiß ich nicht. Wie heißt denn die Station? Im Winkel musst du halten. Im Winkel musst du halten, ja. Da steht aber... Da steht 24. Da steht keine SB. Doch, da steht ein SB-Linie. Da steht ein SB-Linie drüber. Das ist der blaue Strich. Da steht SB. Der blaue Strich ist SB. Voll ungewohnt. Das ist hier so. Ich kenne nicht SB. Guck mal, Hecke mit Spekular. Aber selbst diese Grünstreifen-Splines haben teilweise so Leuchteffekte. Das sind keine Leuchteffekte. Ja, die Spekular sind überall drauf. Auf allen eigenen Gladbeck-Objekten ist Spekular drauf. Das ist doch schön. Und kein Smoothing. Kein Smoothing bei Kugeln sieht cool aus. Ja, das ist doch schön. Ich finde das toll. Das reflektiert die Sonne. Weißt du, was die Fahrer von der Privatgesellschaft schon mal auf die Reihe gekriegt haben? Zwei Tage in Dienst gestellt in Citaro 2 LE über Land. Haben sie auch schon auf dem Bürgersteig aufgesetzt. Bürger? Oh. Nur zum Glück haben die so Plastikabschraubteile, dass das nicht schlimm ist, wenn die aufsetzen. Aber ich habe erst im ersten Moment gedacht, Typ, lern fahren. Mach die Busse nicht kaputt. Ja, Citaro. Das ist eigentlich schon tragisch, als bei so Zitier hast du. Ja, das ist. Wenn ich da sehr dicht bin. Was wäre denn von den modernen Bussen dein Lieblingsbus? Äh, modern, streich moderne Busse weg und ich gebe dir auf die Zitier. Ja, ich weiß, O407. Das weiß ich. Aber wenn man jetzt wirklich mal moderne Busse nimmt, wenn du jetzt nur die Wahl zwischen modernen Bussen hättest. Da, also Linienbusse oder alles? Äh, nehmen wir erstmal Stadt- und Linienbusse. Wir können ja, wir können ja von jedem einen nehmen. Ja, das ist schwierig. Also generell Busse ist es halt die Top-Class von Cetra. Die ist einfach geil. Die ist bequem. Ja, und die ist geil. Und Linienbusse habe ich keine Ahnung. Also da würde ich mich am ehesten noch in so einen C2 LE setzen oder sowas. Aber mit guten Übers. Da muss er auch nicht halten. An den nächsten Halt ist Datteln-Busbahnhof. Das ist auch wieder mit so einer roten Budentextur. Datteln. Nächster Halt Datteln-Busbahnhof. Datteln, lass uns Datteln gehen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Oder, warte. Wenn ich es schon mit der Mozart-Stimme sage, dann muss ich sagen, National Express 18 nach Dortmund-Mengede. Nein, das ist Fastbus 24, wenn dann. Entschuldigung. Fastbus 24 nach Dortmund-Mengede. Nächste Station. Ich habe es vergessen. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Also, fastbus24.de. Kevin hat auf fastbus24.de 35 Buslinien verglichen. Finde ich echt keiner lustig. Finde ich immer schlecht. Und jetzt fühlt er sich Fastbus24. Everybody dance now. Ach ja, schön. Ich glaube, der war jetzt eher so mittelmäßig. Die ist halt so inhaltlos. So unglaublich nervig. Jetzt fühlt er sich Check24. Ja, das ist voll das Adjektiv. So fühle ich mich auch immer. Ja. Ey, Alter, wie geht's dir? Ich fühle mich vor Check24 stehen, sag ich dir. Schwörlahn, Alter. Schwörlahn, Digga. Andi, deine Gestalt da rechts ist weg. Sie ist aber, glaube ich, schon länger weg. Und? Kann ich wieder rechts rausgucken? Mhm. Zum Reichelt zum Beispiel. Ja, möchtest du das? Möchtest du das wirklich? Guck mal, da ist der Reichelt Spandau. Da musst du auch nicht halten. Das ist ja nächstes so, du musst erstmal nichts abbiegen. Ja, 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 ich gucke mich ein bisschen um. Ach, guck mal, was da fährt. Möchtest du das wirklich, Andi? Ich frage dich nochmal. Ja, warum nicht? Mein Mann will ja auch gucken, wo man langfährt. Will man das? Guck mal, da ist ein Benz, ein Trabi auch nicht. Was, 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 was? Da bin ich vorher langgefahren, Andi. Hä, was, was, hä? Da bin ich vorher langgefahren. Dass ich noch die letzten zwei Minuten von Newlands Livestream mitbekomme. Äh. Ja. Ich hasse es doch, die Ampelschaltung. Wo welche, die linke da, ne? Die rot ist. Ja, die rote, genau. Aber warum hing da jetzt gerade ein Trabi obendrauf? Das ist Deko. Deko. Ist das wirklich in Gladbeck? Also, in der Gegend von Gladbeck? Bestimmt. Vielleicht ist es kein Trabi. Oder er hat beim Parken Scheiße gebaut. Das heißt, er ist ein Rentner gefahren. Er hat die Parklocke nicht getroffen. Das sieht ja irgendwie seltsam aus. Ich will ja nichts gesagt haben. Wie? Ach du liebe Zeit, wie bin ich hierher gekommen? Also, um das mal festzuhalten. Also, er hat einen Hoch bekommen, aber die Lücke nicht getroffen. Oh, 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 oh. Hier knall ich jetzt am günstigsten den Kopf aufs Lenkrad, ohne dass was passiert. Hupen, Möp. Das war keine Anspruch übrigens. Das ist mir erst beim, im Moment des Aussprechens aufgefallen. Er kriegt ein hohes Hupen, Möp. Ja, okay. Ja. Rechts rein. Wir lassen es einfach mal so stehen. Ihr macht mich nicht fertig. Rechts rein macht man nur in Dorstfeld. Ihr macht mich nicht fertig. Sind wir schon in Dortmund? Nee, durch, 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 durchfahren. Ja, ja, ich habe nur gerade mich gewundert, dass Omzi schon wieder gehangen hat. Aber eigentlich sollte mich das gar nicht mehr wundern. Antti, der wird hier reinfahren. Ja, natürlich, das ist hier in den Streets. Das ist hochwertig. Gott, doch, 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 Gott. Warte mal, es ist nicht mal in den Streets. Hau ab. Geh weg. Das Traurige ist, es sind nicht mal in den Streets-Kreuzungen. Da musst du echt schon sehr viel falsch machen. Oder gar keine Verkehrsregeln setzen oder sowas. Ich glaube eher letzteres. Was? Ich habe immer gedacht, die Payway-Map ist toll. Ich habe mir die doch extra geholt, dass die toll ist. Nur weil ein Produkt PayWare als Titel hat, ist es noch lange nicht gut. Ist es noch lange nicht das Produkt. Stimmt. Ja, aber Investreed ist ja eigentlich Freeware. Das kann es ja gar nicht sein. Nein, das ist nicht mehr Investreed. Das ist eine Originalkreuzung. Das ist eine Spandau-Kreuzung, die da ist. Mit einer eigenen Textur drüber geklatscht. Aber wie hätte ich denn da eben noch bremsen sollen? Mal ganz ehrlich. Das hätte der Auto machen müssen. Nur der Auto hatte keine Verkehrsregeln beigebracht. Der Hauptgewin Nischke geht in mit Fahrschule und hat nicht mehr weiß, wie Auto fahren. Wie Andi auf Bremse, aber konnte nichts mehr machen. Super Unfall. Super geil. Stimmt, ich bin jetzt aber Edeka. Ich muss eine Verwerbung machen. Ja, natürlich. So, da musst du es halten. In der ersten Busbucht. Gott, ist das eng hier? Ja, das ist aber anscheinend so real. Es ist super geil. Super geil. Richtig egal. Oh, jetzt habe ich gut geparkt. Nee. Also Zug hätte Güter geparkt. Also für Rollstuhlfahrer ist das jetzt ein bisschen suboptimal, ja? Voll der Trasse, ey. Dann kann es ja auch noch gut verlassen. Dann mit dem Lugling, es soll bestimmt wieder. Andi ist zu hoch für den Bürgersteig. Mir ist das alles gerade irgendwie zu hoch. Vor allen Dingen, warum der mir eben reingebrecht ist. Das lässt mich jetzt irgendwie nicht los. Ja, Verkehrsregeln nicht. Nein, du war... Kevin ist mit ihm nicht in die Fahrschule gegangen. Ich dachte jetzt gerade, der wartet da hinten auch wieder nicht. Der kann ja nicht mit jedem Fahrer, der hier unterwegs ist, in die Fahrschule gehen. Doch. Wann sind wir denn in Dortmund? Ich erwarte das schon. Wenn ich Geld dafür zahle, erwarte ich das. Aber ich glaube, da warte ich noch lange drauf. Julian, das kommt direkt hinter hier Nase. Hier Nase? Ja. Du hast gefragt, wann wir in Dortmund sind. Dann habe ich gesagt, das kommt direkt hinter hier Nase. Wie war das? Tram Düsseldorf, hier ist in Dortmund. Das finde ich nicht ernsthaft, oder? Hier soll ich rumfahren. Das ist ja wohl nicht ernst gemeint. Nee, aber es ist nur ohne rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Das geht besser. Das geht schief, das geht schief. Das geht nicht. Wie willst du hier um eine Kurve fahren? Wie soll denn das von... Du musst den Bus biegen. Super. Ja, ich hatte eigentlich den Vorwärtsgang nicht mehr drin, aber egal. Aber eigentlich schon. Aber ja, aber ja, aber nein. Ich, ich, ich... Nö. Och nö, nicht schon wieder. Josch, der Tram Düsseldorfer hat vielleicht immer gesagt, hier essen Dortmund. Andi sagt immer, die Mädels in Dortmund tragen ein T-Shirt, wo ein Pfeil in eine Richtung zeigt und Dortmund. Solange das sich nach unten zeigt, ist es in Ordnung. Ja, doch. Das meinte Andi ja. Du darfst hier 30 fahren. Der Bus ist gerade gekippt. Du darfst. Wir müssen aber keine Du-Darfs-Werbung machen. Das ist nicht in Ordnung. Der Bus ist eben gekippt. Ja, und du fährst auch in der 30er-Zone 50. Darf er das? Darf er das? Ja. Nee, eigentlich nicht. Also nächster halt ist Datteln-Postamt. Gut, ich fahr jetzt wieder Humana. Nächste Station Datteln-Postamt. Ach, wie Huma? Humana. Boah. Nein! Ach, das erinnert mich nicht da dran. Da werde ich wieder so traurig. Ach so sentimental, weil... Okay, gut, das Datteln-Postamt. Ja, da werde ich wieder so traurig, weil die Synchro-Stimme... Da gibt's neue Folgen und das kotzt mir extrem an. Die neuen Folgen weiß ich, dass es die gibt, aber ich hab, wie gesagt, nicht gesehen. Oder werde so, denke ich, nicht sehen. Das hat Benjamin Völz immer standardmäßig gesprochen im Deutschen. Und den hat ProSieben irgendwie nicht genommen, weil er denen zu teuer war. Was weiß ich. Und die Fans zählen da ja nicht. Die Fans sind ja alle irgendwie... Was, die können nicht zählen, sind die... Die Zuschauer... Die Zuschauer sind ja egal. Können die Fans zahlen? Ach, Leute. Ich find's echt nicht lustig. Ich find's echt nicht lustig. Hat er Lizenzen jetzt hier rechts gehabt? Für? Für? Rewe? Bestimmt. Bestimmt. Hundertprozentig. Weiß nicht. Bestimmt. Ob die Rewe das macht? Ganz bestimmt machen die das. Du musst einfach fragen, darf er das, Julian? Du musst einfach fragen, darf er das? Entschuldigung, darf er das? Jetzt fahr doch mal nach Dortmund. So, wir nutzen die Stelle, um die nächste Haltestelle durchzusagen. Ähm, nächste Haltestelle an der Schwakenburg, ist ja auch ein cooler Name. Ich suche gerade, wo Anja auf der Karte ist, also ich fliege ja gerade mit. Äh, ja. Also, falls du dich wunderst, Julian, dass ich gerade angehalten habe, ich wollte ihm einen Vorsprung geben, da kann ich mir mehr Gas geben. Gib ihm erst Zeit. So, da sind wir wieder. Ui, das ist ein Kind. Wollte irgendwie jetzt nicht mehr so richtig, äh, weiterlaufen, unser Omsi. Aber die Aufnahme ist da, wie ihr gemerkt habt, daran, dass die Folgen gekommen sind. Danke. Also, erschienen. Gibt mir leid. Die sind erschienen. Ah, ja. Josh, was du mir denkst. Es ist aber mal ein neuer Effekt, sonst verschwinden bei mir auf der Karte eher Texturen, als dass Omsi sich komplett verabschiedet. Ja, es ist, es liegt an Gründen.